Sprich nicht ins Mikrofon, ich kaufe dir alles, was du willst. Wie heißt du? Mikkel. Mikkel? Wie du sollst nicht ins Mikrofon sprechen, du hast verloren. Nein, Spaß. Ich habe dir noch eine Chance. Wie alt bist du? Alles klar, was willst du haben? Das, ja, willst du haben? Okay, dann nehmen wir das schon mal mit. Das da? Boah, das ist echt cool, ja. Einfach so eine Hot Wheels-Schanze. Nehmen wir mit. Willst du auch was haben? Mein Kindertum war halt dieses Schwert, was ich immer schon wollte. Entweder Laserschwert oder einfach irgendein gewinniges Schwert. Dann holen wir dir das Schwert, würde ich sagen, oder? Nehmen wir mit für dich. Einmal hier drauf. Was ist dein Lieblingsessen? Die Nudeln von meiner Mutter. Das ist direkt zur Kasse, oder? 176,96 Euro. So, hier sind eure Sachen. Ich hoffe, ich freue mich. Ihr habt ganz viel Spaß damit. Bitte schön. High Five. Get the Fours. Perfekt. Danke. Ciao, ciao.